So was geht? Ich bin Pasa und mein Freund ist heute am Start. Hallo Leute, ich bin Mame. Ich habe auch selber einen Kanal. Jogo Grüne, schaut mal ab bitte. Und abonniert seinen Kanal und auch meinen Kanal. Das ist mein erstes Video. Ich würde mich richtig freuen, wenn ihr 5 Daumen nach oben lasst. Und heute haben wir ein Problem, ob nicht? 11 Nummer Boba Boxe und 2 Großboxe und natürlich eine Megabox. Du fangst nicht mit normalen Boba Box an. Ich versuch mal das. So und. Nein, kein neuer Bruder. Schade. Erster Versuch. Jetzt gehen wir zu klein, ja? Erstmal. Und wie viel verbleibendes? Ein verbleibendes. Ah, schon wieder kein Bruder. Schade, Mame. Das schafft wir noch. Wir brauchen 6 verbleibende. Ja, beim normalen Boba Boxe geht das nicht so, aber ist egal. Ein Bruder, die Wurst. Warum drei verbleibende? Oh nee. Komm, drei verbleibende jetzt. Komm schon. Ach, die nerven, ey. Die laden mich so ein. Nein, ja, das kann ich jetzt schnell machen. Schnell, komm, komm. Das muss doch ein nur Bruder rauskommen, Leute. Ey, ich habe auch erst gesagt, abonniert den Kanal. Luka, lass 5 Daumen um. Das würde mich richtig gut vorstellen. Oh Mann, ich finde ja kein Bruder. Ich brauche mal einen Bruder. Kommt, Jungs. Uns fehlt nur episch, mutig und legendär. Schade. Hast du einen Primo? Ja, ne? Ja, klar. Und ihr seht hier, welche Bruder ich alles habe. Ricochet-Burge und ja, hier sind wir Leon. Das habe ich getan. Und ihr seht alles. Du bist jetzt. Schnell, hopp, hopp. Dann muss er mir auf die Bruder rauskommen. Bitte, drei verbleibende. Drei verbleibende? Nein. Klapp, knapp, knapp. Jetzt mache ich keinen. Nein, zwei verbleibende. Das ist immer ein Lächeln. Von normaler Bruder? Nicht so viel. Ja, da. Ja, da. Aber eine von meinem, ähm, abonniere Lukas-Kanal. Der hat in einem normalen Bro-Box Sandy gezogen. Nee, er hat sie. Bro-Rocks. Bitte, drei verbleibende. 50 Münzen. Das ist ja eigentlich viel, oder? Äh. Aber jetzt kommt ihr. Jetzt mache ich den Groß-Box auf. Und der will auch die allergrößte. Komm, ich zusammen. Okay. Bitte, sechs verbleibende oder wir im Medien haben. Oder? Wir brauchen hier vier verbleibende. Ja, nur ein Bro-Roller. Bin ich mir sicher. Nein. curtains in dem. Neue Bro-Roller. Neue Bro-Roller. Neue Bro-Roller. Neue Bro-Roller. Frank hat Frank gezogen. Frank hat Frank zu locken. Leute, ich habe euch gesagt. Bräuchte Bräucher. Neue Bro-Roller ist nicht hier. Das geht, Leute. Das geht, das geht. Kommt. Kommt. Was hast du? Frau Frank. 6 verbleibende Nein, 5 verbleibende Und da kommt schon nichts drauf Aber Leute, lasst einen Daumen hoch Für 5 Daumen nach oben Für Frank Frank Da ist der Junge Lasst 5 Daumen nach oben Und abonniert MonMet-Kanal Und bis nächstes Mal Ciao